Musik Ich versuche da oben zu landen Sonst ist hier gar keiner näher Noch nicht mal in der Wasserstadt? Doch, ne? Ne, auch nicht Wasserstadt habe ich jetzt nicht genau gesehen Ne, auch nicht Aber ist ja auch egal Hier ist ne UMP Pfanne Achso, falsche Taste Ich wollte gerade mit dem Mausrad rein Sachen aufnehmen Ich lass die UMP erstmal für dich liegen Gesundheit Diesmal habe ich die alten Ming Li Ming Li Weisheit gefolgt Wieso? Mit der drücken der Taste F9 Oder bei dir ist es F8 Oh, ist okay Mir ist aufgefallen, dass die Facecam noch an ist Das ist schön mit Facecam jetzt aufgenommen Ja, die Aufnahme läuft gerade schön mit Facecam, ja? Also wenn sie gut läuft, dann seht ihr wie ich spiele mit Facecam Genau Weißt du, wenn sie gut läuft, seht ihr wie Wenn nicht, bekommt sie da von diesem ganzen Gespräch nie was mit Naja, ich finde das jetzt gar nicht schön, wenn die dauerhaft läuft Also Ne, weißt du, diese Logik einfach Weißt du, wenn es gut läuft, seht ihr sie Das einzige Problem ist Ich wüsste davon gar nichts Sie ist genau Naja, obwohl eigentlich passt das von der Zahl her Also die Zahl sieht man, wie viel am Leben sind Aber nicht das am Leben Weißt du? Dahinter ist dein Kopf, oder? Ja, davor ist mein Kopf Nicht dahinter Ja, hinter den Zahlen Ja, rechts neben der Zahl Nur 79, Young Greens Noch 79 gibt's an mir Das ist ein bisschen heftig Dann wirst du ziemlich schnell ausgerottet Stimmt Kann man nicht anders sagen Ist noch ein Einserhelm Hab ich schon Guck mal, schon wieder ist einer von dir weg Und schon wieder Und schon wieder zwei Und noch einer Du hast ganz den großen Verschleiß Was für Waffen hast du? Ehm, ne Schoddy Und ne Glock jetzt Und ne M16 Und du? Ja Hast du die UMP gefunden? Ja Hab ich gerne übrig gelassen Kein Problem, war ich doch Ich hab aber noch eine zweite UMP aufgefunden Ach man so Dann kann ich sie ja aufheben Ich hätte noch ne weitere Pfanne Das ist cool Weil wie jeder weiß Bin ich mit der Shotgun Einfach ein geiler Typ Da kann ich mich auch selbst nicht zu ernst nehmen Das ist ja das Problem Tsch Wieso liegt denn nicht überall immer nur ein einzelnes Paket Mit äh 5,5 Munition? Weiß ich nicht, das ist oft so ne? Es liegt einfach keine Waffe dazu Weißt, ich hab jetzt hier dreimal ein einzelnes Paket 5,5 gebunden Hast du das aufgehoben und mitgenommen? Aber ich Danke Dreimal jedenfalls Ich hätte da was für dich Was dann? Ein Vierfachscope? Ich spiel's doch gerne mit der M16 Ja, sehr Dann nur noch das Wuhu Das gefällt mir Das ist das erste was ich gefunden hatte Oh, ich dachte Gut, dass hier kein Loch ist Ey, da war knapp Floatback bin ich Hui Durchfallen, gestorben Weißt das müsste man so einbauen Und dann durch Brunnen gestorben Extra ins Text sogar So, wo gehen wir jetzt hin? Wo ist die Zone? Achso, wir müssen also da Ja, die ist nie falsch rechnung Ja, ich wollte erstmal gucken wo die Zone ist Wollte, weil die Leute Wollte Das Problem ist, da werden wir kein Auto unterwegs finden Vielleicht da? Ah ne, das sind diese gelben Häuser Wann? Da werden wir kein Auto finden Ich weiß Ich hab ja gesagt, wir werden kein Auto finden Da ist vielleicht noch eins Ja, schön Ja, schön Oder ich hör's einfach eins Ich hör auch eins Ich glaub ist aber vor uns Nicht hinter uns Richtig Brauchst du eigentlich irgendwas an Medics? Ich hab ein Erste-Hilfe-Koffer Und Ich hab ein Erste-Hilfe-Koffer Oder irgendwas Gar nichts Okay Brauchst du irgendwie ein Visier? Ich hätte noch ein Holo abzugeben Ups Ich wollte dir zwei geben Danke Willst du denn ein Holo? Für die OZ? Jo, nehm ich Oh Ich hab auch nur ein Schmerzmittel nebenbei Ja, ist okay Deswegen kann ich dir da da nichts abgeben Mh Aua Ich sollte mal die Glücksmütze aufsetzen Weil dann gewinnen wir wieder Weil immer wenn ich die aufhatte, haben wir bisher gewonnen Wenn du was aufhattest Ja, immer ne Glückskäppi Okay Nein, du sagst das jetzt nicht nochmal Ich hab ein 3er Bist schon ein fresher Typ, ey Achso, ne welche Wester hast du? Äh, Zweier Und du? Zwei Das wär witzig, wenn dir irgendwie so ne Richtig so ne Level 4er Wester einfügen geht Weil es richtig geil ist Aber die man nur aus so den Loot Drops oder so bekommen kann Achso Das ist halt wirklich was besonderes, wenn du so ein Teil hast Jo, das stimmt wohl, aber es wäre doof, weil Es dann unfair wäre, weißt du also Ja? Ja, ein bisschen In die rote Zone? Lüft ja nichts, wir müssen weiter Oh, ihr wurdet schon gelootet In die rote Zone? Ihr wurdet noch nicht gelootet Doch, der ist eine Dings war komplett offen Tür Okay, ignorier mich Was denn? Mit der roten Zone? Weißt du? Ja, der ist noch nicht gelootet worden Und ob wir in die rote Zone wirklich gehen wollen Ja, ich wollte nur so ein bisschen näher ran, falls auch ein Fahrzeug da steht Wir sind am Rand der roten Zone, ist auch nicht verkehrt Du bist leicht abgehackt Echt? Du wirst, du wirst zu spät übertragen Schlecht Also ein Mikro schminkt zu spät dann Dann rede ich einfach zu leise und tut es mir leid, warte Ich schieb dich mal ein bisschen näher, so besser? Ja Gut Genau wie beim Augenarzt, besser, schlechter oder gleich, gut Ist jetzt besser? Ja Besser oder schlechter? Komm ich mir ja richtig dumm vor, weißt du? An der Schule vorbeilaufen? Ja, hilft ja nichts Da ist ein Buggy Den nehmen wir uns Da ist ein Dante Nee, nicht Mit Dante gibt es nachher einen schönen Stream Also wenn dieses Video hier rauskommen sollte, dann ist der Stream schon ewig in drei Tage vorbei Wer weiß, vielleicht gibt es da nochmal einen Stream Das kann natürlich sein Das ist nicht Wer fährt? Du Dann kann ich was trinken Hahaha Der ist zerstört Das hat doch jemand mit Absicht gemacht, ey Ich habe ein bisschen Schiss vor den Gebäuden hier, muss ich ehrlich sagen, ne? Quatsch, die sind doch immer ungefährlich Ich bin mir nicht grad Bisschen unsicher, ob ich da schon Schritte gehört habe in dem Haus Dem hier links? Das war deine, das war deine Schritte wie du gerade gehört hast Wollen wir in eins von den Häusern reingehen? Ja Oder wir gehen rechts hier durch den Wald Also mehr durch den Wald Nicht auf die offene Fläche Also Bisschen Ja, ich mache nicht so an Frei Bei mir ist noch ein Energy drinnen gewesen Ja Ich habe nur gesagt, dass es frei ist, das war's Ja wir warten jetzt geradeaus auf die häuser wie sogar erst mal müssen wir so auf die zone warten würde ich sagen ja ja wir warten er war hinter uns der schoss die ist auch fahrzeug kommt gerade hier darauf zu ok die haben nicht gut das muss so sein hier wird keiner mehr sein ich hätte gerne ein fahrzeug und wäre gerne ans andere ende der map gefahren was zum meeren was für das flugzeug lang klug in diese richtung oder ja das heißt theoretisch müsste ich jedoch so da so obwohl ja da unten sind wir das meer gebiet das heißt ich jetzt mal da wo ich jetzt markierter basis noch die ganze zone scheiße ja aber sie ist einfach so ein die ganze zone ist scheiße ich hoffe es eigentlich im 16 und eine schotte die doppelläufige also die m16 die schotte ist halt aber nur provisorisch da gut sehr viel besser bin ich nicht ausgerüstet und eine pfanne weiß noch als ich hier mit meinen direktiv künstler den fall auf geklärt habt ja hier war ja dann wo es eine auto zerstört lag und ich die leichten übergefunden ja dann müsste das schuss hier lang gewesen sein und dann müsste es hier gewesen sein und ein gleiche fehlt noch ich finde ich auch noch da drüben ist noch ein rotpunkt visier oder an den wandschuhen sorry auch nicht verkehrt das rotpunkt visier das heißt super ja im ersten moment saß halt wirklich so aus weißt du weil es gerade war und dann explodiert hier und dort und überall da vorne ist ein auto und eins ist weg gefahren das ist das auto da hinten ja da hinten ist genau von dem autos auf 1 weg gefahren nach links damit das auto wohl kaputt sein oder gleich liegen da links ist auf jeden fall schlösser wir laufen zu dem auto oder was soll was soll uns schon passieren großes auf deinen fehlkopf lief vor grad ein motorrad lang rechts fährt auch ein auto sucht aber nicht ich will aber ungern gerade schließen muss ich sagen weil wir hier einfach auf zu einer offensicht ist jetzt immer auf dem zettel boah ich hätte mich so bepisst vor lachen glaube ich noch dann nicht drauf geschossen ja das eine auto ist nämlich auf das dach von dem haus da links gefahren siehst du das dach von dem haus da links links ganz links 15 grad neuer für nord ach da ja ich sehe es könnte ich sein das machen richtig viele weil das so ein spot ist so ein ding könnte ich trotzdem sein reichen ja gar nicht doch hier hinterliegt einer der sks munition fehlt also ich habe keine muni dafür aber erweitert schnell weg ist egal wie kommt da wir kommen ein paar meter vor und wollen wir denn meine ahnung aufs dach hinterher fahren dann im flug in der wünschen das wird aber auch wieder perfekt passen das zu den häusern die wir markiert haben fahren wenn wir hinkommen rechts in den häusern ist es einfach ich hätte mich gerade schluss abgelieren boseitestelle da ist ein airdrop ist ein sniper das reicht mit dem sprit aber auch genau ne steig ins auto rein schnell warum schnell fahr weg hier ich will hier weg danke jetzt zieht mich auf warte das auto rollt noch ich hing zwischen tür und auto fest äh zwischen gebäude und auto zwischen tür und alle sozusagen ich bin jetzt gefallen aber wir dürfen gleich weiterlaufen naja aber wir looten hier noch schnell würde ich sagen ich möchte nur sagen team beschuss ich hätte auch einfach erfahren können da stand team beschuss hat mich geschützt vor allem hauptsache du gehst direkt mit deckung und kommst nicht zu mir ja ich dachte es ist irgendetwas schlimmes sollst du also irgendjemanden gesehen oder sonstiges also ich finde es schon schlimm festzustecken und zu sterben ja ist schon doof aber es gibt schlimmeres das würde ich ich habe einen mantel und nicht den kamelehafarben den roten habe ich da kommt ein fahrzeug Motorrad ne ist ein buggy aber der fährt in die zone stimmt noch einer tschüss ich habe ein paar erste hilfekoffer gefunden willkommen dante was nix gar nix ach guck da dir zu nix 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 was da habe ich doch noch zwei ja ich habe jetzt vier und noch eine sanitasche also ok ok beruhig dich ganz ruhig komm wieder runter ich würde sagen wir lassen das auto stehen und gehen zu fuß weiter ja das hätte ich nicht mehr viel aus es hat auch keinen Sprit mehr na ne ich schieße jetzt nicht kaputt das lohnt sich nicht mehr da kommt eh keiner Meter mehr mit außer wie ich immer im Benzin kann das du dabei also wenn wir zwei buggy finden dann wissen wir wo die deutschen gefahren sind aber ich glaube das war ein team die sich zwei buggy genommen haben zwei einzelne die waren jeweils alleine drin das ist ein SKS oder? und ich schieße auf mich ja ähm 240 liegt da jetzt siehst du so 240, 255 da ah da läuft auf unsere 2 dann nochmal weiter hier unten geduckt das ist mir auch egal ah da ist hier unten kein Boot gerade steht weißt du see you later dann geh ich hier hinter zack wie weit müssen wir denn noch bis zur Zoo ne? ein kleines Stück aber wir schaffen das locker hat das die Merkel gesagt? dass wir es schaffen die haben nen scheiß Buggy die Schweine du triffst mich nicht du triffst mich nicht du triffst mich nicht du triffst mich wirklich nicht ich soll jetzt die Häuserdeckung nutzen hier hinten können wir wieder hinter die Felsen ja klar ich hätte jetzt gerne eine Waffe auf Fernkampf ja ein 4er Scope nicht nur auf Außen ein 4er Scope würde mir schon reichen wie offen der da eine steht oder ist das ein Busch? hier ist ein Busch hier ist ein Busch stimmt der ist näher so das war knapp wir müssen noch ein gutes Stück triffst du eh nicht du Idiot sag ich doch Au! ja hier ist wieder Aua! Arschloch wo sind die jetzt? auf dem Hügel auf jeden Fall bei dem einen Baum bei 300 ok Aua! ich überleb das ich überleb das hier ist gleich low ground hier ist gleich low ground da ist er ja ganz offen da ist er ja ganz offen jetzt hat er noch dicke Eier ne? pass auf ja wenn wir jetzt gleich unsere AWB auspacken weil er nicht stein ist er wird angeschossen von jemand ich werde aber auch noch angehittet ah links da ne ist das der eine sind das die beiden die da einer links vom Stein liegt und der andere ja der linke schießt aber links vom Stein ist low das hat wenig Leben die sind glaube ich beide tot die sind beide tot die sind beide tot von einem Spieler getötet worden dann gehen wir mal weiter jetzt müssen wir reinlaufen schießt der nächste auf uns ja holen müssen wir in die Richtung ok ab nach unten nächstes mal mach ich den mit der Shotgun fertig ey wir sollen ruhig mal in den Nahkampf kommen ja ja wie weit müssen wir denn? wir haben ein kleines gutes Stückchen wiederum im Auto ja und rechts von uns steht aber auch noch ein Auto theoretisch aber ich hab halt wir sind eigentlich völlig am Arsch quatsch wir nehmen das Auto wir nehmen das Auto du fährst du bist da Profi dran ich fahre darf ich noch kurz den Penkel reinwerfen das ist ein guter gute Idee meine Weste wurde ganz ganz leicht getroffen meine Hände ist noch ganz hey das Haus oben was stimmt denn mit den Leuten immer nicht? weiß ich nicht ja wollen wir ein bisschen im Kreis fahren oder was ist der Plan? würd ich sagen ne? äh fahren wir dann weiter oder wollen wir die zu fahren die auf uns geschossen haben im Wald also jeden Haus äh wartet irgendwo einer außer wir versuchen ein Haus einzunehmen aber das wird kritisch ich hab ne Schott gegangen die Kiste ist glaub ich gelootet die ist auch obwohl die könnte frisch sein ne? weil es der Rauch ist aber gerade weg gegangen ja ok das stimmt auch du kannst natürlich auch probieren da hoch in das andere Auto runter zu kicken na das war ein Spaß ach dass ich jetzt nicht will wieder hier wieviel Treibstoff haben wir? ach shit die müssen hier nur aus und die Menschen ist drin Alter ich hab mich gerade erschockt was war warum hat es hier geklickt? warte ich hinseren Plätze einmal kontrollieren ok das ist jetzt keiner hier ist bei den Steinen ist einer hast du ihn gesehen? hinter den Steinen direkt saß einer hier sind ja die anderen Steinen dann rüber gegangen soll ich fragen ob er mitfahren will? hey willst du mitfahren? er frisst erstmal ne Blend von mir weißt du denn zum Haus seiner? ist das deine Rauchgranate? ja jetzt hab ich keine Granaten mehr hab alles weggeworfen willst du jetzt mitfahren oder nicht? der liegt da jetzt der liegt da jetzt soll ich den Umfang? du musst den Steinen rammen kam mit das kam mit das kam mit das es war der langweiler ne hier die Rauchgranate wir könnten ihn natürlich auch wegballern und den Stein einnehmen das ist ja auch ne Möglichkeit der Stein einnehmen ist das der Stein hier? ja da ist er der hintere der linke jetzt alter was ist das so für ein verrückter ich dachte er war nett jetzt machen wir ihn kalt oh ich hab kaum noch Leben du machst ihn kalt komm wir nehmen das Haus hier mein Helm ist im Arsch hast du die Tür weggesprengt? nein die war schon weg ok er ist von einer halbe Stunde lang hin und her fahren hin und her fahren ok jetzt schießen sie doch nicht jetzt geht man woanders rein naja ist oben irgendwas? also der hier Raum ist leer Raum ist leer wieso sind wir nicht von Anfang an hier rein? ich hab doch gesagt aber wir nehmen ein Haus ein da ist ein M249 der Spasti kommt näher der ist jetzt an dem anderen Stein ja ganz hinten läuft einer bei noch ist den bei warte mal das Haus das mach ich hier mal genau aus dem Grund aus dem Grund hab ich die Tür zugemacht aber er hat auf die Tür geschossen nicht auf mich jetzt Mitte ja übertreib ja und sonst hat die Schüsse einfach auf die auf das Haus setzt wir hören nicht wenn einer unten reinkommt ne? also nur durch die Schritte dann richtig wenn einer reinkommt mach ich hier die Tür zu und ich bin die letzte Verteidigung also du bist die letzte Verteidigung dann ok dann zieh ich die Granate ach du hast noch eine ich hab noch zwei Splittergranaten eine Blendgranate und vier Aufgranaten ich hatte auch ein bisschen was ist leider irgendwie abhanden gekommen während der Fahrt ich weiß nicht wohin wahrscheinlich rausgefallen ja passiert öfters fällt einfach so eine Handgranate aus der Tasche mir gefällt die Zone ganz und gar nicht Shotgun obwohl wir eigentlich ein gutes Layout dafür haben oh Gott ähm äh 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 hast du eigentlich noch was zum Heilen ähm zwei Erste-Hilfe-Koffer also ich hab nur noch zwei Erste-Hilfe-Koffer ja ok äh die haben sich hingelegt soll ich sie abholen? äh ne ich laufe weiter das war nur ein Gebüsch dass ich jetzt jetzt steht einer jetzt hat er geschossen das war der wahrscheinlich mit der K er hat Flynn getötet Flynn war mit oder Flyin das ist der der uns gerade noch das Leben gerettet hat das würde ich mich eigentlich gerne einmischen ok einer von denen ist auch gegangen der andere ist der andere drauf auch ist dann nebenbei glaub ich der eine beim beim Stein weil ich seh können wir aus der Richtung kommen oder das ist der von klein guck dir die Zone Zone an ey das ist doch gerade asozial scheiße find's geil aber also alle mit Snipers oder sonst irgendwas wo sitzt der der muss ja irgendwo hier vorne ich seh ihn glaub ich hab ihn einmal gehettet glaub ich hab ihn einmal gehettet ich bin mir aber nicht sicher brauchst du noch nen Hucksack? zeig dir bei 300 ungefähr hinter so nem Stein sitzt einer 300? ich hier keinen Stein ja von dem Bildfenster aus kannst du den sehen das ist witzig das Spiel das ist wir haben nichts um auf dem Fernkampf irgendwas anzurichten wir sind ja auch nicht mehr im Fernkampf ne? ja aber ich also wir können nicht irgendwie zielen oder sonst noch was vernünftig ja wir haben noch 19 Sekunden wir müssen obwohl ist das Haus nicht sogar ein Stück drin? ne höchstens ich weiß nicht der bei Kong könnte höchstens noch drin sein also der ist immer noch an diesem Stein dort der guckt aber auch immer wieder piekt hier jetzt rennt er weg er rennt jetzt rechts rüber lauf hau ist lauf was machen wir jetzt auch raus? können wir da wohin? lass mich mal was machen hast du denn den Shotgun ausgepackt? ne der steht hinter dem Auto da an so nem ey hier liegt einer rechts von dir ok da hat nichts die Zone ist für uns da sind zwei ja hast du Rauch? ja schmeiß mal hier irgendwie vor noch mehr? ok ja alles noch mehr? ok wir müssen dieses Haus da vorne nicht stürmen noch mehr? ok hast du gehört? das gelbe Haus müssen wir jetzt stürmen Moment ich blende sie wir müssen das gelbe Haus stürmen dann schaffen wir's go rechts 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 er hat mich du machst das Junge ich bin kurz der ist da immer noch du machst das Junge komm schade wo war der andere? ich habe einen nur noch ausgenockt der hat im necke stand aber einen hast du noch getötet ne? du hast einen gekrieg gemacht ja wie gesagt der war vor mir schade aber trotzdem eine lustige Runde hat Spaß gemacht und er hat Team Rang 3 hallo? ich hatte dass der da keinen Eingang hatte ja willst du mir jetzt einfach ins Haus rein? das ist ja die du hast du hast Vielen Dank.